Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es wieder um das Thema Creator Economy und in der Vergangenheit haben wir uns ja meistens Beispiele aus den USA angeschaut, wie zum Beispiel MrBeast oder auch MeganPlays, die ja mit ihren Roblox-Videos und die ihren Roblox-Games mittlerweile Millionen verdient. Aber es gibt eben nicht nur spannende Beispiele aus den USA, sondern auch aus Deutschland und heute schauen wir uns Sally von Sallys Welt an, die ja einen der beliebtesten Back- und Koch-Channels überhaupt auf YouTube hat. Einige von euch kennen Sally ja vielleicht schon, vielleicht seid ihr selber Fan von Sally, vielleicht habt ihr schon mal über Sally gelesen oder vielleicht habt ihr ja selbst Kinder, die gerne Sallys Back- und Torten-Videos anschauen. Ich selbst finde Sallys Story auch deshalb spannend, weil sie aus der Nähe von Karlsruhe kommt, wo ich ja aufgewachsen bin. Das heißt, YouTube-Stars gibt es eben nicht nur in New York oder LA, sondern eben auch in der Nähe von Karlsruhe. Sallys Story startet im Jahr 2012 und damals war sie gerade mal 24 Jahre alt und studierte auf Lehramt, als sie dann eben zum ersten Mal ein Back-Video auf YouTube hochgeladen hat. Das Ganze hat sie am Anfang wirklich nur hobbymäßig gemacht, sehr unregelmäßig hochgeladen. Es war vielleicht mal ein Video pro Monat, aber es wurde dann eben immer mehr. Aber so richtig professionell wurde es eben erst drei Jahre später, als sie dann eben zum ersten Mal auch Geld investiert hat, um eben einen Kameramann einzustellen und jemanden, der ihr beim ganzen Thema Editing und Produktion geholfen hat. Und Sally ist eben bekannt für ihre ganzen Back-Videos. Das bedeutet, sie hat halt immer solche Themen-Torten, zum Beispiel zu Disney-Titeln wie Frozen und hat auch immer ganz lustige, mehrstöckige Rezepte, die halt natürlich optisch total viel hermachen, die auch einfach spannend zum Angucken sind. Und witzigerweise schauen auch Kinder immer gern diese Videos an. Und Sally schafft es eben sehr gut, sehr, sehr sympathisch rüberzukommen, natürlich auch spannende Rezepte zu machen, die auch Kinder eben gerne anschauen. Das heißt, Kinder sagen dann immer, hey, ich will die und die Torte haben, die Sally da gebacken hat. Und oftmals gibt es die Zutaten dann auch zufälligerweise in Sally's Online-Shop. Das heißt, die Videos werden auf jeden Fall sehr gut monetarisiert. Wo steht Sally's Welt heute? Der YouTube-Channel hat mittlerweile fast zwei Millionen Follower und über 530 Millionen Views. Und ist damit eben nicht nur einer der erfolgreichsten Back- und Koch-Channel in ganz Deutschland, sondern sogar in ganz Europa. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon oft über erfolgreiche Creator-Economy-Modelle gesprochen. Das bedeutet, man baut erstmal ein Following auf, auf YouTube, auf Instagram oder auf TikTok und kann dann natürlich seinen Media-Channel skalieren und natürlich dann auch noch spannende E-Commerce-Opportunities aufbauen. Aktuell beschäftigt Sally über 100 Mitarbeiter und alleine 25 davon kümmern sich um ihren Social-Media-Content. Und das Spannende ist ja, dass man von so einem Gary Vaynerchuk ja immer weiß, hey, der beschäftigt irgendwie ein Team von zig Leuten, die eben sein Social-Media-Content machen. Und dann denkt man immer, ja okay, Gary, das ist irgendwie ein total außergewöhnliches Beispiel, das ist irgendwie ein totaler Extremfall, den es so auf der Welt eben nicht gibt, weil wer kann sich schon so viele Leute leisten auf der Payroll, die nur dein Social-Media-Content machen. Aber offenbar lohnt es sich für Sallys Welt eben auch, so viele Leute einzustellen. Gerade wenn man eben sagt, man möchte mehrere Videos pro Monat machen, man möchte die Produktionsqualität immer weiter verbessern und man möchte eben auch noch auf anderen Channels aktiv sein. Sie hat ja zum Beispiel auch 900.000 Follower auf Instagram, hat ihren eigenen Podcast und ich glaube auf TikTok könnte sie mit ihrem Koch-Content auch extrem erfolgreich sein, da dieses ganze Thema Food und Kochen auf TikTok ja extrem populär ist. Also 100 Mitarbeiter, 25 davon alleine für ihren Social-Media-Content und der Rest, der kümmert sich eben vor allem um Sallys Online-Shop, indem es eben Zutaten und Zubehör rund ums Thema Backen und Kochen gibt. Ich war vorher mal auf ihrem Online-Shop drauf und da gibt es eben wirklich alles Mögliche. Das sind wirklich hunderte von Produkten, alle unter ihrer eigenen Marke, Sallys Welt. Und es könnte dann eben sowas sein wie Vanilleextrakt, also einfach Zutaten zum Backen und Kochen. Aber sie hat dort eben auch eigene Töpfe und Pfannen, alles super cool gebrandet in einem super coolen Design. Und das ist ja auch ein Zeichen der Creator Economy, dass man eben seine große Reichweite nicht nur dazu nutzt, um Produkte von anderen Brands zu promoten. Ich gehe mal davon aus, dass sie das am Anfang viel gemacht hat, sondern eben auch um eigene Produkte auf den Markt zu werfen, womit man natürlich ein USP hat und womit man natürlich auch eine höhere Marge hat. Spannenderweise hat Sally jetzt auch eine große Kooperation mit Lidl gelauncht, weil Lidl natürlich auch sagt, Mensch, wir sind vielleicht als Brand gar nicht so sexy, gar nicht so attraktiv. Aber Sally ist natürlich ein absoluter Sympathieträger, natürlich auch perfekt beim Thema Lebensmittel. Und mittlerweile gibt es die Rezepte und auch Produkte von Sally in den Lidl-Filialen und bald wahrscheinlich auch im Online-Shop. Und das ist eben das Spannende, wenn du ein Top-Creator bist. Du kannst mehrgleisig fahren, einerseits deine eigenen Produkte auf den Markt werfen, wirklich deine eigene Media- und Direct-to-Consumer-Plattform aufbauen, aber natürlich weiterhin als Testimonial mit großen Brands zusammenarbeiten. Spannend wäre natürlich zu wissen, wie viel Umsatz Sallys Welt jetzt genau macht. Darüber gibt es keine genauen Zahlen, aber ich schätze mal locker im zweistelligen Millionenbereich, denn immerhin beschäftigt sie ja auch 100 Mitarbeiter. Und alleine in ihren Firmensitz hat sie eben 6 Millionen Euro investiert und ist eben einerseits natürlich die Zentrale mit dem Büro, dann wahrscheinlich auch ein Lager für die ganze Logistik, für die Produktentwicklung, aber natürlich auch das Aufnahmestudio, in dem man dann natürlich die perfekten YouTube-Videos drehen kann. Und was ich besonders spannend und sympathisch finde, der Firmensitz ist eben immer noch in Waghäusl, diesem kleinen Dorf bei Karlsruhe. Das heißt, sie hat eben nicht gesagt, hey, ich bin jetzt groß rausgekommen, ich gehe jetzt nach Berlin, München oder sonst wohin, sondern sie ist eben ihrer Geburtsstadt treu geblieben, schafft dort eben auch die Arbeitsplätze. Und das ist auch ein spannender Aspekt an der Creator-Economy, dass eben nicht nur Ein-Mann-Firmen sind, sondern irgendwann eben kleine und mittelständische Unternehmen, die dann eben irgendwo zwischen 5 und 100 Leuten beschäftigen und da einfach ein sehr profitables Business fahren können. Alles basierend auf dem Social-Media-Content und den Fans und Followern. Also ihr seht, YouTube-Stars können wirklich überall entstehen. Für mich ist Sallys Welt eigentlich das beste Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum für die Creator- und Passion-Economy. Egal, was für ein Hobby oder was für eine Leidenschaft man hat, in diesem Fall leckere Tortenbacken, man kann eben durch Social Media eine unglaubliche Reichweite aufbauen und darauf basierend wirklich noch spannende Businesses obendrauf satteln, wie zum Beispiel Direct-to-Consumer E-Commerce. Und das zeigt eben auch, heutzutage ist wirklich jeder eine Media-Company, denn Sally hat ganz leer angefangen, hat eben jetzt 2 Millionen Follower, allein auf YouTube, 500 Millionen Views und ist eben wirklich eine Reichweite, von der traditionelle Medienbrands in diesem ganzen Kochen- und Backen-Bereich wirklich nur träumen können. Und das hat eben wirklich eine Person ganz alleine organisch geschafft, ohne Investoren und ohne, dass sie ein Medienprofi war oder vielleicht sogar ein Star-Koch oder so, weil sie war eben nicht Tim Melzer oder Jamie Oliver, die eben schon bekannt waren durchs TV und dann eben Social Media weiter ausgebaut haben, sondern alles eben ganz organisch von Null gestartet. Also, wie ich finde, eine sehr inspirierende Story für alle, die vielleicht auch Creator werden wollen. Und es zeigt gleichzeitig das Riesenpotenzial in dieser Creator-Economy, sowohl was Medienbrands angeht, als auch E-Commerce-Brands. Mehr spannende Case Studies zur Creator-Economy gibt es auf meinem YouTube-Channel, auf meinem Podcast und eben auf meinem Blog unter www.trends.fm. Und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, mal Creator zu werden, dann lasst euch von Sally die inspirieren. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.